Bewegen, befähigen, begleiten. Das ist für uns nicht nur ein Slogan, sondern gelebte Praxis. Unter diesem Motto bietet die Becker von Buch Unternehmensberatung aus Hannover passgenaue Beratungsleistung, die weit über die reine Analyse und Optimierung von Kennzahlen hinausgeht. Die Stärken des Consultingbüros, das Johannes-Ulrich Becker von Buch im Jahre 1991 gründete und das sich heute zu einer Unternehmensgruppe mit 290 Mitarbeitern, Partnern und Kooperationspartnern kontinuierlich erweitert hat, basieren auf dem enormen Erfahrungsschatz der Berater, die alle langjährige Berufserfahrung in Führungspositionen haben. Somit diskutieren und beraten die Experten auf Augenhöhe und bieten konkrete Antworten auf Fragen zur Ausrichtung der Unternehmensführung, Umsatz- und Gewinnsteigerung, Mitarbeiterbeteiligung sowie bei Aktivitäten zur Beseitigung von Finanzproblemen. Von Unternehmern für Unternehmer sozusagen. Unser großes Know-how vermitteln wir unseren Klienten pragmatisch, schnell und kompetent. Und das in unmittelbarer Kundennähe. Ferndiagnosen sind hier verpönt, denn nirgendwo lassen sich Optimierungen so effizient durchführen wie in den Unternehmen selbst. Entsprechend nah ist der Kontakt, den die Berater von Becker von Buch zu ihren Klienten aufbauen und im Laufe der Beratungsprojekte aufrechterhalten. Dazu tragen auch die Auslandsrepräsentanzen in der Schweiz und in Österreich bei, die das als Top-Consultant ausgezeichnete Beratungsunternehmen betreibt.